In diesem Video geht es um den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. Ich erkläre dir, wer Friedrich Dürrenmatt war und was ihn so besonders macht. Friedrich Dürrenmatt war ein berühmter Schriftsteller und Dramatiker aus der Schweiz. Er wurde am 5. Januar 1921 in Kunolfingen geboren und starb am 14. Dezember 1990. Dürrenmatt ist besonders bekannt für seine Theaterstücke, in denen er oft schwierige Themen anspricht. Er schrieb auch Kriminalromane und Erzählungen. Dürrenmatt's Schreibstil ist geprägt von scharfem Humor und Ironie. Er hinterfragt die menschliche Natur und die Gesellschaft, in der wir leben. Seine Geschichten und Theaterstücke zeigen oft ungewöhnliche und überraschende Wendungen. Sie sind spannend und regen zum Nachdenken an. Eines der bekanntesten Werke von Friedrich Dürrenmatt ist das Theaterstück »Der Besuch der alten Dame«. In dieser Geschichte kehrt eine reiche Frau in ihrer Heimatstadt zurück, um sich an den Menschen zu rächen, die ihr Unrecht getan haben. Das Stück zeigt, wie Geld und Macht das Verhalten der Menschen beeinflussen können. Ein weiteres berühmtes Werk von Dürrenmatt ist »Die Physiker«. Dieses Theaterstück erzählt die Geschichte von drei verrückten Wissenschaftlern, die in einer Irrenanstalt leben. Die Wissenschaftler haben jedoch ein Geheimnis, das die Welt in Gefahr bringen könnte. Das Stück stellt wichtige Fragen über die Verantwortung von Wissenschaft und Technologie. Friedrich Dürrenmatt wuchs in einer Familie von Künstlern und Gelehrten auf. Sein Vater war ein Maler und seine Mutter eine Lehrerin. Ursprünglich wollte Dürrenmatt Maler werden, aber er entschied sich, Schriftsteller zu werden, nachdem er einige Erfahrungen als Journalist gemacht hatte. Er studierte Philosophie und Literaturwissenschaften an der Universität Zürich. Friedrich Dürrenmatt gilt heute als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Schweiz und der deutschen Literatur. Seine Werke sind in vielen Ländern bekannt und werden oft in Schulen und Universitäten gelehrt. Sie regen weiterhin zum Nachdenken an und zeigen, dass Literatur auch schwierige Themen auf unterhaltsame und spannende Weise behandeln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017